Will this way forgettable I'm tired of the Saxons Ooh, I am not for real Never been so Herzlich willkommen zurück bei Payday 2 Mit dabei natürlich wieder der Inge halt Moin moin Ja, ihr seht, wir haben uns neue Masken zugelegt und jetzt werden wir einen Bankraub Gold auf Overkill durchführen Richtig, du weißt ja schon, wie der Bankraub läuft Also... Genau Ich muss nur noch die Vorausplanung Vorraumschlüssel mal mitnehmen Brauchen wir noch Ne, Aussichtspunkt brauchen wir nicht Insiderhilfe, Schlüsselkarte Machen wir hier beim Bankkassierer Kamerazugang Alles klar, ich bin bereit Ausrüstung stimmt auch Mach mal die Störsender Äh, ja genau Damit wir Im Falle des Falles auch den Geldautomaten in der Lobby Minen habe ich auch noch, okay Äh, ja, Schwerbewaffen und Panzerung brauchen wir nicht, ne? Habe ich zumindest nicht vor Okay Okay, mal schauen, wo der Tresor Overkill eingang hat Okay, der Transporte ist Wo ist er denn? Keine Ahnung Wo er sein wird Er ist ein Wachmann vorne drinnen Und hier ist kein Tresor, das ist schon mal ganz gut Wir haben eine Frau im Team Oh, der ist wieder an derselben Stelle Okay Schau, Kamera Wo? I'm ready to bring the guns Okay Es sind auf jeden Fall mehr Leute drinnen in der Bank Es wird schwierig Hm Wie markierst du denn die Guards? Mit, Achtung Ja Mit F Achso Falls du diesen Skill hast Ich glaube ja, ich glaube ja Da ist der Der Bankdirektor There's one Okay Hier oben ist keine Kamera Sehr gut Ist du schon drin? Nee Okay Soll gerade nur so aus Okay Kameraraum ist hier hinten Das ist gut Der Bankdirektor ist gerade draußen Ja, ich habe nur schon mal die Lage gecheckt Wenn er draußen ist, dann Jetzt geht er gerade rein Ah, schade Aber der kommt wieder raus Der kommt wieder raus Warte, ich luge hier mal rein Was auf Kameras oder ähnliches auf They're all over Das ist Greite mich vor Ist da eine Kamera? Ja Vorsicht Zivilist 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 Jojo Ich habe noch keine Masse auf Ja, das ist auch erstmal gut so Ich mache mich auf dem Weg zum Kameraraum Mit dieser uns gehört Er ist diesmal in einer anderen Position Ich überlege gerade, ob ich vielleicht vorne einfach mal in die Bank reingehe Ach nee, Metallitektoren Ah Ah, komm Okay Erste Wache weg Sind das jetzt unsere Kameras? Alles klar, dann hole ich mir die Wache bei mir auf der Seite Drei Pager können wir beantworten, ne? Ja Jetzt noch zwei Ja Okay, der hier Bankdirektor ist draußen Ja, der ist jetzt aber Ja, du kannst ihn halt genug bewaffnet Achtung, da kommt deine Wache raus Oh, da stand die nur Achtung Was denn? Alles gut Okay Okay Follow me Alter, steht doch irgendwann Steht der innen drin? Ja, der ist drinnen am Tresor Hallo, du sollst mir folgen Come with me Kamera Watch out Guard Ich glaube ich nur noch die zwei Wachen Ja, sind nur noch die beiden Oh, was ist das? Alles gut Ich war das, ich war das, ich war das Guard Ich habe kurz der Dame da vorne meinen Schutt gezeigt Ah, okay Fragte sich natürlich Was ist das? Ja Okay Eine Wache Drei Wachen, drei Wachen, drei Wachen Drei? Ja Oh, schlecht Ehrlich Ja, wir müssen eine, die hier nicht am Tresor rumrennt, irgendwie Ich komme von oben Kameras sollten ja aus sein Ah, das sind Zivilisten dahinter, verdammt Ja, die Zivilisten, das wird halt auch ein Problem, ne? Interessant auf jeden Fall Interessant auf jeden Fall Okay, den einen Guard kann ich hier hinten auf jeden Fall ausschalten, der läuft hier nämlich hier immer lang Ja, gleich, der steht die ganze Zeit am Tresor Und ich glaube, die andere Wache, die da in dieser großen rumläuft, können wir erst mal Vorsicht ignorieren Vorsicht, eine Wache kommt, glaube ich Ja, das Problem ist, wir können ja nicht einfach den Bohrer hier aufstellen, das kriegen ja alle mit, oder? Weiß nicht, wie es bei denen da hinten ist Wenn wir vorne leise genug sind und die den Haufen Erledigen Das wird ein bisschen länger dauern Auf jeden Fall, wenn der jetzt gleich wiederkommt, dann töte ich den schon mal Wenn er vor dem Resort steht, dann nicht, ne? Kommt der hinten durch? Ne, der kommt hier durch den Gang Hier kommt der Link Und dann willst du reinrennen und erst mal alle auf den Boden schicken, ja? Die beiden Geiseln töten am Schalter, oder? Vorsicht, da sitzt da noch eine Da kannst du auch nicht hin, der guckt auch ein Zeuge Kommt da? Nee, ne? Oder nicht Was? Wann kommt der denn? Ah, kommt jetzt, glaube ich, so langsam Ja, ja, ja Äh, schießt ihr den mal auf den Kopf, oder schießt ihr den einfach nur um? Auf den Kopf ist das sicherste Oh, er kommt von der anderen Seite Das kommt unerwartet Oh, der bleibt erst wieder im Tresor stehen Verdammt Komm schon Geh weiter Das ist schwierig mit der anderen Wache, weil die da hinten so blöd rumläuft Okay, er kommt Nein, er geht wieder Nein, Kumpel, bleibt doch Warum tut er dies? Andere Wache kommt da Okay Wenn beide da diesen Weg laufen Wird es Es wird verdammt schwer Achtung Da kommt einer Ja, ich sehe ihn Der kommt nach hinten Ja, perfekt Der stirbt Nein, der bleibt da stehen Oh, da kann ich ihn nicht killen Wow Ah, komm, beweg dich Der andere Der läuft da hinten rum Hm Na komm schon Nein, jetzt geht er einfach wieder Aber es war taktisch unklug, dass man den Kameraraum eingenommen hat Ja, hätten wir vielleicht mit Störsendern arbeiten sollen Richtig Okay Sieben Pakete liegen hier noch rum Okay Das war unser Ticket Oh Oh Komm, komm, weg da, weg da, weg da Komm, 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 komm Ich hab Bretter Achtung Äh, ernsthaft Ups Er hat mir Handschuh angelegt, die Sau Ich hab's gemerkt Ups Ich hab's gemerkt Dank für dich Ich hab's gemerkt Ich hab die 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 Ich hab's gemerkt es wird also wieder mehr action geben jede menge action ich habe eine schlüsselkarte wofür ist sie für den raum kamaraum ach so und entspanntes verhalten da draußen nein 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 nicht sterben nicht sterben oh der hat mich erwischt scheiß auf die zivilisten noch eingetötet komm schon komm schon geh auf wow der hat mich voll angesprungen jetzt bin ich gefallen das war es der ist gestratert nein Nein! Flashbang! Achtung! Die anderen sterben gerade! Oh Gott! Keine Chance! So wie zum Thema Overkill! Verdammt, ich bin nicht von drei Wachen da ausgegangen. Da hätten wir echt... Vor allem hast du deine Nerven verloren. Ja! Endlich mal gescheitert! Es gibt einfach gar nichts, ja. Gibt einfach gar nichts. Sehr schön. Ja, dann sind wir mal gescheitert. Hat dich ja angesagt? Ja, ne? Ja. Ja, wir sind gescheitert und beim nächsten Mal läuft's hoffentlich wieder besser. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Payday 2. Macht's gut. Ciao! Ciao!